so freunde willkommen zur heldenliga wir wir ziehen es wieder durch und gucken mal wie das so läuft wer das balance update video gesehen hat wird da habe ich darauf hingewiesen dass wir da noch mal in der liga gucken werden und es ist halt schon alles aktiv also was war das vorher 30 60 als uns 50 75 und hier haben wir halt statt ich glaube 20 prozent 30 prozent chance das wurde hier auch noch angepasst also wir sind sind da dass sie jetzt halt diesen ganzen schaden machen was natürlich auch super ist ja ja dementsprechend das verwelken wurde jetzt auch erhöht das war vorher auch niedriger also die ganzen updates für die goblins sind schon wieder da wer da meine uneingeschränkte meinung haben will sollte sich das balance update video angucken da habe ich alles gesagt was ich sagen möchte und wir sind tatsächlich auf die mein mein ukonen der blüht jetzt auf je später es wird in dem turnier desto stärker wird er hat sich von e eigenständig auf c hochgekämpft aber es liegt in umbria glaube ich nein aber es sieht besser aus sagen wir mal so okay gehen wir rein das ist so das team was ich was für leveln alter das ist nicht leveln das ist das team mit dem ich es so immer mal jetzt gespielt habe ich habe auch mal vork reingenommen und das so ein bisschen zu testen wir werden umbria mitnehmen wir werden das wenn sie ausprobieren wenn ein bisschen mit ihr spielen wir nehmen auch x0 fort damit ich überlege ob wir grün nämlich glaube wir nehmen eher gelb das dreier gelbe team das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht muss ja nur eben gucken ob ita sich hier lohnt ob wir da was wegnehmen können naja nicht wirklich viel ne können wir nicht wirklich viel mitnehmen aber wegnehmen deswegen sollten wir vielleicht irgendwie was immer noch was gelbes wir können natürlich auch was gliel an das weiß ich was wir nehmen ihn mit er schon so stark gebufft worden ist jetzt nutzen wir das aus ich meine wenn ich sechs lila und sechs gelbe kriege dann kann ich ihn ja hier schon komplett raus scheppern gucken einfach mal das jetzt auch x0 fort extra neben dem sifter stehen damit er ein bisschen geschützt ist als heiler und ob das so funktioniert okay auf geht's wenn wir in ogima rein gucken mal was da so alles hochkommt okay da ist ogima gleich schon am start das war jetzt natürlich nicht unbedingt so gewollt dann spielen wir das erst noch so dann gehen wir auf erling weil wir haben hier auch die lilanen drunter so wichtig okay nicht nein aufhören stopp halt stopp so siffern deadboot auf aramis tag und ciao okay wir gehen auf ihn wir spielen da jetzt auch rein ach schade okay er kann aber nicht killen er kann er kann nicht so knoll fort an gibt ein bisschen mana so umbrier ach sie ist jetzt blind ach shit ey egal ich versuche es trotzdem mal okay der ist 64 1177 umbrier ist ja jetzt voll ne stärker wird sie nicht und terminier 905 905 der sich jetzt auch in den nächsten zügen dann halt äh ausbreitet ich sitze jetzt mal eben die blindheit aus so jetzt haben wir da auch einen so ist das nicht schön dann nicht mehr alleine und das geht dann natürlich immer weiter ja dann hast du hier noch ein bisschen da noch ein bisschen aber wir heilen mal es ist ja ich hätte ja erst feuern sollen dann das machen und sowas na aber es ist ja egal wir sind ja durch zack auch sehr schön nemesis drauf deadboot drauf bumm und wenn die 900 sind dann hast du bei 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 nach zwei runden hast du da zwei schnell sind 1800 krieg das mal weg mit heilung versuch das mal da wirst du spaß dran haben goku das ist nicht der goku den ich kenne ach spür mir blau der sift bleibt wir nehmen aber drei blaue mit also umbria gut gemacht drei blaue wir können natürlich auch krampus nehmen nö machen wir nicht wir spielen das eigentlich ganz äh geschmeidig ne wir nehmen wir nehmen hippo mit ja hippo fortuna und milena milena so alles aufs hippo ausgelegt relativ schnelle helden und dann schauen wir mal schönes team starker gegner oh je okay mhm die lilanern könnten ein mögliches blaues match geben könnten aber auch den gelben gelben hier hinbringen dann hätten wir hier gelb und da gelb äh wenn ich diese gelben spiele ja habe ich die hier nicht mehr dann nehme ich eher lieber die vier da ist der natürlich hier oben verloren aber gut kriegen wir den irgendwie darüber dann hätten wir einen diamanten aber kriegen wir nicht also die sache ist halt was sind meine alternativen wenn ich das äh was passiert wenn ich da spiele es kann hier ach es ist es ist nicht gut es ist nicht gut egal was passiert es ist es wird nicht gut sein es wird mir nicht sofort spontan helfen wir gucken erstmal was hier kommt okay das hilft mir hier können wir das jetzt sogar machen ach ich warte mal noch so zack 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 er hat das ausgehalten er hat das ausgehalten was ist er denn für einer aber wir haben den gegenschlag wir haben gegenschlag und heilung eigentlich können wir die mitte jetzt hier so so triggern wie wir wollen könnten sollen sie doch feuern ähm machen das aber so dann haben wir die chance auf ein gelbes match er wird feuern er schallert sich raus gut ähm wir müssen auch mal heilen so dann lass mal die anderen schlimm für da auch auslösen ja was ein scheiß das ist ein quatsch das ist ein quatsch okay jetzt müssen wir aber ein bisschen gucken dass wir hier ach das tut weh nicht das hippo ach ach man warum musste denn jetzt das hippo drauf gehen das war ärgerlich dann 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 auch mal kurzzeitig auf ich habe keine lust mehr geschaltet ne da hat er sich gedacht komm jetzt hauen wir da mal richtig einen raus Mensch ey okay hat er nicht gegönnt ach mensch care und das ding ist guck mal jetzt habe ich wieder nichts jetzt warte ich also praktisch eigentlich auf mein Verderben deswegen spielen wir da jetzt auch alles rein weil wir können eh nichts mehr machen der Drops ist hier eh gelutscht also von daher ja ja schön klasse ach da wollte aber auch nicht mitspielen ne es wäre es wäre schön gewesen es wäre schön gewesen aber diese Hathor da hinten ja aber warum warum musste auch das hippo getötet werden das hippo hätte ja auch mal überleben können und nicht alle Autotext da wieder abkriegen müssen ja blöd gelaufen scheiß drauf so probieren wir es mit Rot gegen Mioni sie könnten sich alle durch den Gegenschlag selber rausschallern ne der Gegenschlag muss nur kommen hier hier das lila ne mache bleiben die Roten ja auch ja oh ja nicht gut oh das ist wieder typisch die Oma alter typisch natürlich hält sie sich krampfhaft wieder an ihrem Leben feste Junge 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 Oma lass doch sein einfach geh doch einfach weg weg alle weg lasst mich alle hier in Ruhe alle alle weg mit euch komm ja der Hampelmann löst bestimmt gleich wieder aus deswegen gehe ich da gar nicht drauf ein töte Jove so direkt weggeschallert so komm Geschwindigkeitsbonus hier gib mal lass mal knacken 150 yippie ae so oh die andere Oma ah je 40 der Unsterblichkeit sehr schön oh okay erst mal dass wir gegen einen Thun spielen das ist ja auch schön wer ist denn das was wärs denn hier der glückliche Kepridier okay ähm blau schön mit blau die beiden die beiden gelben bleiben das ist eigentlich eine ganz gute gute Sache das mit dem Hippo hat nicht wirklich funktioniert gerade vielleicht sollten wir uns da irgendwas anderes überlegen wobei das eigentlich gar nicht mal so schlecht ist das Team ich weiß auch nicht vielleicht sollte man das Hippo ein bisschen beschützen indem man das vielleicht neben Sif stellt dass das Hippo überlebt und das vielleicht so macht und Fortuna nach außen die kann ja sowieso ausweichen dass wir machen das mal so und gucken ob das irgendwie ähm zielführender ist vielleicht ist dadurch das Hippo ein bisschen ähm widerstandsfähiger ich weiß gar nicht was sie macht was macht sie nochmal grüner Ritter ab klatsch okay ich habe ja gerade das blaue Match kaputt gemacht das weiß ich aber selbst wenn ich das gehabt hätte hätte ich das gelbe nicht gehabt und mit dem blauen Match wäre das Vaterland auch nicht mehr zu retten gewesen wenn ich mir das jetzt diese 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 Board Konstellation jetzt hier angucke das ist halt auch wieder das ist halt auch wieder das ist halt wieder nix ne was sind da jetzt die Alternativen die wir haben wir können da jetzt hier rein spielen das passiert sowieso nichts wir haben im Endeffekt verloren weil das ist ein das ist ein totes Board da geht nix mehr da kannst du auch nicht mit irgendwelcher Planung du kannst jetzt planen irgendwie was zu machen aber du siehst halt auch wir haben effektiv ein Match was wir machen können das ist das was er anzeigt mehr können wir gar nicht machen und das heißt wenn ich das jetzt mache und danach kommt nichts dann wird sich das Board shuffeln natürlich äh kommt dann wieder ein Match sodass wir jetzt auch daran gebunden sind nur ein Match machen zu können und das ist natürlich klasse sowas sowas mag ich extrem dass es genau vorgegeben ist wie wir jetzt hier agieren willst du mich verarschen vier Autor-Attacks vier Autor-Attacks auf den gleichen Helden ja was soll ich da tun was in Gottes Namen was soll ich da machen sag es mir wenn du einen Tipp für mich hast sag es mir ich würde lieber fliehen aber ich nehme lieber noch zwei Punkte mit zwei Punkte hätte ich gerne ja mache noch die Heilung ist alles schön und da siehst du mal sechs Steine sieben Steine mehr brauche ich nicht wie soll ich die kriegen sag es mir wie soll ich die kriegen so ist halt auch ab einem gewissen Punkt halt auch Quatsch ne und da siehst du halt auch wieder das ist das was alle immer sagen du brauchst schon ein gutes Board um zu gewinnen wenn jetzt die die Truppen da noch kommen dann wird das alles noch schwieriger weil die Helden dann natürlich noch stärker werden mit diesen neuen Truppen und dann wird das nicht mehr so viel Spaß wie es jetzt ist ja also ist halt nicht ganz so einfach und wir haben ja jetzt auch gerade ist es ja nicht so dass wir jetzt gerade mit Season 1 Helden gespielt haben oder jetzt muss ich das Board auch schon wieder reshuffeln was habe ich denn hier nur für Müll die ganze Zeit jetzt mal ganz ehrlich Hehl muss weg ne die bummst mich immer die Olle muss weg so und jetzt darf Archie sich erstmal selber killen wir spielen jetzt auch in den Reihen gar nicht in Hathor Hathor ignorieren wir jetzt ich habe ihn auch deswegen angespielt damit er sich jetzt dadurch selber halt auch killt tatsächlich und jetzt müsste ich eigentlich gucken dass wir Keto noch getriggert kriegen aber da war natürlich nichts zu machen da konnte man dann ausgerechnet mal nicht rein spielen dass Keto jetzt geheilt wird und dementsprechend mehr Leben hat und jetzt nicht getötet werden kann aber zumindest macht sie viel Damage bei sich so Hathor kriegen wir nicht weg ne das ist klar die löst er nochmal aus aber dafür gehen wir jetzt da volle Lotte auf Keto drauf bum bum nehmen Nemesis noch mit und dann ist Keto auch weg ja solche Boards brauche es halt in der heutigen Zeit vorher jetzt auch trotz Attack Down das ist egal sind ja wieder am Start und nochmal Aramis noch besser dass ich bleibe jetzt so ich habe jetzt gar keine Lust zu wechseln wenn ich ganz ehrlich bin so ok wir haben hier einmal Lila das ist schön wir haben zweimal Gelb das ist gut wenn wir Glück haben kommt hier unten sogar noch Lila so Deadboot dann haue du Aramis raus Nemesis haut Kippo raus und da sehen wir jetzt den Vorteil von starken Snipern ne wenn du natürlich 6 Teams davon hast wo du diese krassen Sniper hast dann herzlichen Glückwunsch dann wirst du gute Chancen haben wenn du deine Steine kriegst aber sonst wird es halt schwierig ich so wir könnten das ist jetzt ein Experiment äh Ariel macht 520 verstärktes Leben ich weiß sie kann ausweichen ich probiere es trotzdem ok so jetzt werden wir gleich mal gucken der hat jetzt 939 ich weiß tatsächlich noch nicht warum der vom Leben ähm achso doch klar er ähm weil er das sich ein bisschen orientiert an dem Leben des ähm des Ziels wahrscheinlich ne klar ich weiß gar nicht warum die warum die immer unterschiedlich stark sind weiß bestimmt jemand da draußen so jetzt gucken wir einfach mal Ariel ist ja eigentlich starke solide Heilerin ne werden wir mal sehen dass sie da nicht alles wegkallen kann gut oder? so dann arbeiten wir jetzt an lila dass wir nochmal Umbria haben ok ok Aradia ist tot also liegen wir tot aber ich würde hier tatsächlich einmal hier hingehen ich meine das ist Aradia ne und dann 1100 auf eine Aradia zu machen das ist zeugt halt schon davon dass das schon stark ist und der Minion macht jetzt selber 68 das ist jetzt auch nicht schlecht ne also die normalen Minions machen jetzt nicht so viel so ok haben wir es geschafft die PIA die Aua Last Dance Respekt ey die Biertrinker auch nicht schlecht Ikio ist auch auch extrem gut aber ich ich check die Agraphena nicht ich bin ehrlich ich ja 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 ein doppelt gelimit break der Richard ja sicher das ist jetzt das wird ja jetzt richtig absurd vor allem mit einer Elena danach daneben ey komm schon komm schon das kann das kann nicht dein Ernst sein also ich meine das ist jetzt kein Level 22 Account oder sowas ne wo man jetzt sagen kann ja der hat der macht das da schon das ist so ein gegen so einen müsste ich spielen aber das ist da nicht gut das ist das ist nicht gut er kann die nur umgestellt haben in was schlechtes warum auch immer warum auch immer ich ich weiß halt nicht United Legends ja das ist schon stark aber ich bin da ich bin echt mal gespannt also ja Level 25 ja alter Sache ne aber bei den beiden Niederlagen da wieder heute was soll ich da tun ich meine ich kann mir wenn ich schnelle Helden habe kann ich mir nicht noch die Steine passend dazu geben wenn die nicht da sind dann das ist halt auch einfach einfach schön zu verlieren aber das ist auch ein 30er Zyklopentruppen das ist schon eine gute Defensive das darf man nicht vergessen das ist schon schon gut aber trotzdem da reden wir nicht davon wenn ich ein paar Steine kriege ist halt leider so gut dann würde ich sagen das war's von der Liga vielen Dank fürs zuschauen wir sehen uns macht's gut ciao ciao und das war's das war's Untertitelung des ZDF, 2020